Hallo Sportfreude, mein Name ist Johannes Lukas, das hier ist der Jonas Ems und der Jonas Wutke. Wir sind heute hier, um einen Formcheck zu machen und auch das Maßband sprechen zu lassen. Wir haben eben bereits trainiert und geschaut, wie viel an Kraft die Beine im Zuge gewonnen haben. Es war einiges auf jeden Fall, schaut euch auf jeden Fall das letzte Video an. Wir haben schon mal einen Formcheck gemacht zusammen und heute ist der zweite offizielle Formcheck, nachdem wir begonnen haben, acht Wochen später. Das Konzept war eigentlich klar und es stand, ich hatte eine gute Idee, wie wir das machen. Jonas sollte auf jeden Fall zunehmen mit dem Muskelmaximierer, also dem Training und der Ernährung. Und du solltest auch zunehmen mit dem Muskelmaximierer, dem einzigartigen Muskelaufprogramm. Aber du solltest die Ernährung aus der Oats-Gedeitung nutzen, um als blutiger Anfänger, denn Jonas hat vorher schon trainiert, Muskeln aufzubauen, während du Fett verbrennst. Das hat nicht so ganz geklappt. Warum? Weil du dich nicht an die Ernährung gehalten hast. Genau, das ist ein bisschen das Ding. Training und so, das lief ganz gut, bis auf diese Pausezeiten und so. Wir hatten ja ab und zu so eine Woche Prozonen, aber an sich, das ist echt gut, so sechsmal die Woche trainieren zu gehen. Ernährung dazu war halt echt so durcheinander. Also erstmal Körpergewicht. Wie viel hat sich euer Körpergewicht verändert? Du hast gestartet mit 77, glaube ich? Genau, jetzt ist solide bei 81 eingependelt. Okay. Aber mir so von 68 auf 72. Also du hast ordentlich Gains gemacht. Wir müssten dazu sagen, die beiden sind Vegetarier oder zwischendurch sogar mal vegan unterwegs gewesen. Es ist also ein bisschen tricky. Aber es ist möglich so. Also es ist jetzt, da liegt es nicht eigentlich. Da liegt es nicht. Du wirst mir jetzt assistieren bei Jonas. Genau. Denn wir haben aufgeschrieben, wie es vorher aussah, wie die Zahlen vorher waren. Jetzt, wir fangen immer mit den Armen an, weil es ist das Wichtigste im Klub. Mit dem rechten Bizeps anfangen. Mit dem rechten? Ja, das ist der Starke. Okay. Wie viel hatten wir davor? Äh, 52. Ne, 35,7. Achtung. Tag der Abrechnung. Dim, 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 dim. 37 Zentimeter. Wir müssen dazu sagen, wir haben hier jetzt nicht irgendwie groß aufgepumpt oder so. Das ist quasi... Ja, heute war ja Pusch nicht. Ja. Nicht richtig aufgepumpt. Bis zum Trizeps. Das sind schon mal zwei Zentimeter mehr, ne? Okay, andere Arm. Wie viel war es auf der Seite? 34,5 gewesen. Ach, 37. Nice. Ganz gemacht, solide, Alter. Donnerwetter. Okay. Ach krass, dann hat der jetzt wieder aufgeholt. Also, die haben sich beide angeglichen, ne? Genau. Weil das letzte Mal war ja schon das Problem immer nur mit rechts. Jetzt habe ich angefangen auch mit links und dann seitdem ist es wieder auszugleichen. Sehr gut. Ach so, das war der. Ah, ich verstehe. Gut, der ist klar. Jetzt machen wir den Brustumfang. Ja. Oh ja, da waren es 95,5. Zack. 100. Das kann sich sehen lassen auf jeden Fall. 5 cm an der Brust. Nice. Und ich bin mal gespannt, was die Zuschauer sagen. Vielleicht habt ihr ja die alten Einblendungen gesehen vom ersten Formcheck. Also, ich sehe auf jeden Fall deutliche Veränderungen. Die Brust ist viel voller. Das Sixpack ist immer noch da. Zum Glück, ja. Also, sind wir nicht ganz verschworen. Ja, weil du eigentlich viel zu wenig gegessen hast, als du hättest essen sollen. Ja. Ich glaube, den Hals haben wir auch mitgemessen. Ja. Bei dir auf jeden Fall. Ja. Bei dir auf jeden Fall. Boah, ich weiß nicht. Bei mir nicht, ne. 36,5. 36,5 übrigens. Marc Lang hatte auch 36,5 bei seinem ersten Formcheck. Und dann hat er 40. Ja, 37,8. Solider. Ohne Haltstraining. Richtig Haltgains gemacht. Gut. Nice. Haltstraining. Teile messen. Ja, 83. Sollte die höher oder runtergehen? Die Teile sollte eigentlich, wenn es etwas, aber das ist ja völlig, das geht ja nicht. Also, du wirst halt auch Teilgains gemacht haben, ne. Wo sind wir? 83,2. Oh, es waren 83. Alter, alles richtig gemacht. Geil, Alter. Du hast so eine dickere Brust, dicke Arme, aber der Bauchumfang ist fast gleich gewesen. Sack. Also, da muss man wirklich sagen, hat richtig gut funktioniert. Stabil, Alter. Geil. Das ist ja richtig aufregend. Ja. Rechtes Bein. Sag an. 57 an beide. 58 Zentimeter. Okay. Na gut. Na gut, also. Ist in Ordnung. 58. Jetzt hast du schon ordentlich durchgespannt. Ja. Okay. Jetzt mal runter bei der Füße. Wie zufrieden bist du mit dir selbst von 1 bis 10? Also pass auf. Wenn wir jetzt überlegen, wie viel hättest du erreichen können? Was denkst du, was jetzt noch mehr rausholen können? Im Zentimetern jetzt. Nee. Auf dem Platzgang. Das hätte ich ja beigekommen, oder? Das brauche ich jetzt. Was hast du? Hast du 100% gegeben? 1,5. Nein, also es ist kein Joke. Es ist wirklich so, das wird man jetzt vielleicht nicht nachvollziehen können, oder so, weil man das jetzt auch nicht so krass sieht, aber von meiner persönlichen kann ich wirklich nur sagen, dass wir 100% gegeben haben. Es ist einfach faktisch so, es gibt Phasen, da können wir nicht trainieren, weil, weißt du, sonst würde man nicht mehr schlafen, oder so. Und für das, also, verglichen mit dem, wir waren vielleicht in dieser, in der gesamten Zeit waren wir vielleicht viermal noch feiern, oder so, wenn es hochkommt, also im Vergleich zum letzten Jahr, viel, viel weniger geworden, viel, viel weniger. Also wir haben viel weniger Alkohol getrunken, das war für euch auch ein krasser Struggle, ne? Ja. Also kein Alkohol zu trinken, man glaubt, zu trinken ist für viele Leute da draußen offensichtlich sehr schwierig, für mich persönlich stellt es überhaupt keine Problematik dar. Ja, du bist ja schon auf der Binnen. Ja, genau. Also ich hoffe auf jeden Fall, ich bin gespannt, wie es weitergeht, jetzt werden wir uns erstmal den Jonas angucken. Richtig, ja. Du ziehst du mein T-Shirt wieder an? Ja, kannst du es wieder anziehen, sonst kommt es da mal ein bisschen komisch rüber. Der liebe Jonas war blutiger Anfänger, sicher nicht mit der besten Genetik gesegnet, aber darum geht es gar nicht, es geht darum, was er am Ende auch da rausholt, also ich kann deutlich sehen, wie war es eigentlich beim letzten Formcheck, hast du es noch vor Augen bildlich? Ja, habe ich noch. Ich habe es nur vorhin nochmal angeguckt und ich sehe ganz deutlich Veränderung auf jeden Fall, ne? Das ist gut. Also Arme sind auf jeden Fall viel dicker, oder auf jeden Fall dicker, sieht man ganz deutlich. Sag mal an Jonas, wie viel war es vorher? Sorry. Ich kann es nicht lesen, Moment, rechter Arm oder linker Arm? Das ist ja der linke Arm. Genau, das ist ja der linke Arm. 31,5 waren es vorher. 34,5? Donnerwetter, mein Freund, stell dir mal vor, wir werden wieder aufgepumpt. 34,5? Ja, 34,5, dann ist er ja, das ist ja so. Was hast du gehabt? Ja, ich hatte auch 34,5. Er ist jetzt auf dem Stand, wie ich arbeite. Also er ist jetzt noch mal zwölf Wochen und BAM! Ja, alles besser. Ja, alles besser, alles besser. Okay, rechts hattest du 31,7. Ja, das wird... Zack! 34,5! Nicht schlecht. Nicht schlecht. Vor allem schön angeglichen, ne? Schön gleichmäßig. Ja, ich habe auch immer sehr gleichmäßig. Also ohne Scheiß, da sind Zahlen schon mal ganz geil, einfach um zu sehen, was ist da objektiv an Fleisch drauf gekommen. Also es ist auf jeden Fall ja was passiert, das ist ja immer in Schweiz ganz gut zu wissen. Ja, er ist ja auch wirklich krass viel stärker geworden, weil er kam ja wirklich von Zero oder von Minus... Ja, Minus. 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 Ja. Was ist jetzt Brust? Da hat er beim letzten Mal 95. Aber ich glaube, da habe ich mich vermessen beim letzten Mal, weil... Also wenn er 95 gehabt hätte, dann hat er fast genauso viel wie du. Das ist schon krass. Also jetzt gucken wir mal. Lockerlassen. Oh oh. Habe ich wahrscheinlich letztes Mal vermessen. Jetzt sind sie nämlich auch 95. Aber das ist jetzt erst richtig. Vielleicht kann man im Video irgendwann mal nachvollziehen, wie es warum sich vermessen wurde. Also ist auf jeden Fall komisch, weil mit Sicherheit wirst du ja hier auch Brustmuskeln aufgebaut haben. Auf jeden Fall scheinen die Arme richtig gut auf das Training anzusprechen, ne? Hat ja jeder immer so seine Muskelgruppen, die am schnellsten wachsen. 79 war es vorher. 79 Teile. Und? Ein bisschen fetter geworden. 81. Das ist die Oldschool-League. Das ist die Oldschool-League. Das ist... Da haben wir immer Teller voll gemacht, soweit es ging. Und dadurch kam es dann eben auch nicht dazu, dass er jetzt irgendwie untenrum viel verliert. Untenrum viel verliert. Ja, okay. Du weißt ja... Das ist ein Tenis könnte sein. Ja, ja. Also er hat im Prinzip kein... Das ist nicht passiert. Das Kaloriendefizit war nicht da. Das war ein leichter Kalorienüberschuss. Bei dir war wahrscheinlich... Ja gut, du hast eigentlich viel zu wenig gegessen, als du hättest essen sollen. Aber dafür hast du halt deinen Teilumfang auch fast nicht beeinflusst. Also deswegen cool. Jetzt müssen wir mal Oberschenkel. 53 war beim letzten Mal. Und jetzt sind es... Okay, die allerdings die Stelle 56. Wahnsinn. Krass. Das geht auf jeden Fall mal klar, ne? Ja, ja. So, andere Seite, warte. Entweder man braucht richtig Muskeln auf, oder man misst anders. Ja. Immer schön die dickste Stelle messen. Vorher 51. Ernsthaft? Ja. 51 Zentimeter. Jetzt sind auch 56. Krass, Alter. Vor allem, was mich freut, ist, dass es wirklich schön gleichmäßig ist, ne? Also hast du ja keine Asymmetrien. Haben wir aber irgendwie den Hals gemessen? Nein, leider nicht. Wir können jetzt mal anfangen für den nächsten Formtipp. Aber da ist natürlich auch ein bisschen Bart, ne? Muss man denn anspannen? Die Jungs haben auf jeden Fall, ihr seht, einiges vor noch. Die wollen nachhaltig arbeiten. 35,5. Gut. Okay, darf ich was sagen? Ja, sicher. Ja, klar. Also, der Trainingsplan ist ja, wir machen das ja jetzt noch so drei Wochen ungefähr, dann ist ja der Trainingsplan erstmal rum, diese 12-Wochen-Geschichte. Ja. Das Ding ist, das war ja für uns jetzt auch eine ganz neue Welt. Das Ganze reinkommen, wie erlebt man sich, wie oft geht man zum Training, wie spielt man sich ein und so weiter. Auch jetzt sich kennenlernen, das braucht ja auch erstmal alles, bis man sich ja nicht gewöhnt. Und wir haben für uns auf jeden Fall gesagt, es hat uns erstmal extrem viel Spaß gemacht. Und es gibt auch ein gewisses Selbstbewusstsein tatsächlich, wenn man das merkt. Und es fühlt sich auch gesund an. Also, das hat mein Opa auch immer gesagt, mach viel Sport, dann Sauerstoff-Sirkulation und so weiter im Blut. Und deswegen haben wir auf jeden Fall Bock, weiter zu machen. Ja. Und auch weiter, also das mit dir zu begleiten. Und jetzt war, also das war erst warm-up. Die letzten acht Wochen war erst warm-up. Und jetzt geht's erst richtig los. Ja. Das haben wir uns vorgenommen. Das wollen wir ja, wir wollen weiter auch auf jeden Fall. Also, ich möchte hier an dieser Stelle nochmal sagen, dass für euch Sport nicht die größte Priorität war, sondern ihr das versucht habt, irgendwie in euer Leben mit einzubauen. Man möge es, viele denken immer als YouTuber hat man nicht so viel zu tun, hat ein geiles Leben. Man hat ein geiles Leben, aber man hat fucking viel zu tun. Und deswegen war es halt schwierig, das irgendwie mit on top noch zu bringen. Genau. Es war nicht so easy, wobei sich, wie viel sich daran jetzt ändern wird, kann ich jetzt nicht versprechen. Also, es wird jetzt auch nicht Prioritäten sein. Der Hassel ist real, Leute. Das muss man ehrlich sagen. Aber wir haben trotzdem eben Bock dazu und werden uns auf jeden Fall weiter erhalten. Und vor allem das S-Ding, das jetzt beim nächsten Mal nochmal zu optimieren, ist, glaube ich, ganz geil. Ja. Was ich mir wünschen würde für euch wäre tatsächlich, früher zu trainieren, weil ihr geht immer direkt dann irgendwann an Feierabend trainieren, irgendwann um zehn, halb elf nachts und dann geht ihr normalerweise gleich, sollte ihr gleich ins Bett gehen und direkt vorm Schlafen gehen nochmal körperlich ertüchtigen. Also ins Gym gehen, meine ich, ist halt nicht optimal. Ja. So, dann best gut, wenn wir noch zwei, drei Stunden Zeit verfliegen. Aber dann werdet ihr erst um zwei, drei Uhr nachts im Bett. Das wäre halt auch Kaffee. Ja, ja. Dann morgens früh gleich sieben geht es wieder raus. Also, ich möchte mich bedanken. Bis hierher war es richtig cool. Ich glaube, es wird definitiv noch ein nächstes neues Level erreichen, weil ihr halt beide Bock habt und langfristig nachhaltig arbeitet. Deswegen bin ich auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht. Danke dir auch. Ja, wirklich. Und danke an den Muskelmaximieren. Danke, danke. Der Link ist unten in der Beschreibung. Ja, sehr gut. Genau. Also, auf ein neues. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.